Ciao und herzlich willkommen zu einer neuen Italienischstunde. Heute lernen wir den Unterschied zwischen mentre und durante. Wir fangen mit einem einfachen Beispiel an. Durante il lavoro è vietato fumare. Während der Arbeit ist es verboten zu rauchen. Und mentre lavoro non posso fumare. Während ich arbeite, darf ich nicht rauchen. Wie wir sehen, bedeuten beide Wörter sowohl durante als auch mentre während. Allerdings dürfen wir im Italienischen nicht einfach durante mit mentre vertauschen. und umgekehrt. Denn im Italienischen sind es zwei komplett unterschiedliche Wörter. Lasst uns schauen, wann wir durante und wann wir mentre verwenden. Durante bezieht sich immer auf einen Nomen. Und typisch für Durante ist, dass es immer eine Zeitspanne beschreibt. Als Beispiel während der Arbeitszeit, während der Sommerferien, während der Pause. Das sind immer Zeitspannen. Während mentre bezieht sich immer auf einen Verb. Und meistens ist es nur während der Ausübung einer Tätigkeit. Als Beispiel während ich arbeite, während ich dusche, während ich telefoniere und so weiter. Aber schauen wir uns konkretere Beispiele an. Wir benutzen Durante bei Durante il giorno. Durante la partita di calcio. Und ein paar Beispiele für Mentre. Mentre faccio la doccia. Während ich dusche. Mentre passeggiavo. Während ich spazieren ging. Mentre lavoro. Während ich arbeite. Mentre coro. Während ich laufe. Mentre gioco a calcio. Während ich Fußball spiele. Schauen wir uns zwei konkrete Beispiele an. Mentre passeggiavo. Ho encontrato Giuseppe. Mentre. Während ich spazieren ging. Mentre habe ich Giuseppe getroffen. Hier verwenden wir Mentre. Denn wir haben das Verb passeggiavo. Oder wir können auch sagen Durante la passeggiata ho encontrato Giuseppe. Während des Spazierganges habe ich Giuseppe getroffen. In diesem Fall müssen wir Durante verwenden. Denn wir haben hier ein Nomen. Denn wir haben hier ein Nomen. La passeggiata. Und ein zweites Beispiel. Mentre coro. Asculto la musica. Während ich laufe. Höre ich Musik. Im zweiten Teil müssen wir Durante verwenden. Hier müssen wir Mentre verwenden. Denn wir haben danach ein Verb. Und zwar Coro. Ich laufe. Oder Durante la corsa. Asculto la musica. Während des Laufens höre ich Musik. Im zweiten Teil müssen wir Durante verwenden. Denn es folgt ein Nomen. Und zwar la corsa. Der Lauf. Und zum Schluss eine kleine Übung. Die Lösung kommt noch in diesem Video. Hier habt ihr vier kleine Sätze. Und ihr müsst davor Durante bzw. Mentre richtig einsetzen. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Und drückt einfach auf Stopp. Denn gleich kommt die Lösung. So. Und hier kommt die Lösung. Mentre guidavo o ricevuto una telefonata. Durante la guida ho ricevuto una telefonata. Durante la doccia ascolto la radio. Mentre faccio la doccia ascolto la radio. Grazie mille. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Lektion gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020